So meine lieben tscheche Freunde, neuner Netter, brauche jetzt kurze Pause, es ist jetzt 17.56 Uhr, mal jetzt ganz kurze Pause, hier ist mein 6 Supermobil, hier sind die Scooter drinne, ich bin völlig durchgeschwitzt, durch die nass von diesen Regeln, es war Eskalation, Wetter, Unwetter, richtig nichts gegen die Feuerwehr, Eskalation, total, ist denn manchmal so? Scheißtag! Geh jetzt kurz zu meinem Schloss, da muss Mutter sein, das ist unser super Spiti da, der beste Spiti der Stadt, da kommt meine Mama, da hinten ist sie, meine Mama, ich hab dich jetzt nicht angerufen, ich hab die ganze Zeit angerufen, bist ja nicht rangegangen, willst du mit ins Fernsehen, willst du einmal kurz verrückt werden, Marvel nicht verrückt werden, egal, Ich mach jetzt ganz kurz Pause, kurz was essen, guck mal da hinten ist der Scooter, ich bin mit so einem riesen Dings da, ich will meine Mama nicht filmen, ja, das ist unser Schloss, hier, nur wie netter, wo ist unser Schloss, ja, aber es ist privat, aber ich weiß eh nicht, wo ich wohne, Friedenau, also bis dann, ciao!